so freunde willkommen zu einem ja nochmal review video über sock wie auch immer man ihn nennen will und ja das ist der neue monat zelt er ist grün das ist schon mal keine überraschung das geht ja ein bestimmtes system dahinter welche farmen die monatzelten haben er ist ein schurke und das ist ein pluspunkt also schurken sind ja sowieso mit den kämpfern meine lieblingsklasse das heißt er kann spezialfähigkeiten ausweichen zusätzlich widersteht er wasserschaden das heißt wir nehmen grün ja meistens mit wenn wäler da ist und ja der kleine mann hier an dem wasserschaden von wäler widerstehen und ist denke ich mal eine ganz nette sache wobei ein roter held der wasserschaden widerstehen kann dass wir auch nicht ganz ganz schön wenn das irgendwann mal kommen würde die werte die sind eigentlich relativ gut also so typisch für monat zellen würde ich jetzt mal sagen beides relativ hoch ist nicht schlecht ja das problem was ich aber oder was als problem das was ich jetzt schon definitiv sagen kann ist dass er wahrscheinlich in der defensive relativ selten zu sehen ist weil ja alle haben telluria und ich denke wenn man selbst wenn man doppelgrün gehen würde in der defensive würde man eher den schnellen kingston noch mitnehmen als sock wenn man natürlich kingston nicht hat ist halt die frage ob sich dann lohnt doppelgrün aufzustellen also ich denke in der defensive werden wir ihn sehr sehr selten sehen ja aber in der offensive denke ich ist er sehr brauchbar und zwar hat kann er schlüsselmesser taifun ist mittel das heißt man spart ein steinchen bei 223er manatruppe und ja er ist ein sniper füge dem ziel 300 prozent schaden zu das ist schon mal nicht schlecht erhöht das mana des ziels um 50 prozent das hört sich erstmal blöd an wäre es auch wenn jetzt nicht der nächste punkt kommen würde das ziel wirkt automatisch blindwütiger angriff auf einen zufälligen helden sobald sein mana innerhalb der nächsten drei züge voll ist das heißt blindwütiger angriff kennt man zum beispiel von merlin ja es ist praktisch so dass sock sock ein fünf sterne merlin ist und das ist in dem fall dieser blindwütige angriff einfach so das werde ich auch gleich in einem video zeigen nicht mit sock sondern mit merlin sock habe ich noch nicht ich habe noch nicht beschworen es ist dann halt so dass wenn das mana aufgeladen ist dass sich derjenige der den angriff von sock gekriegt hat dann einen seiner nebenleute oder nicht nur nebenleute egal aus dem team mit einem angriff trifft bei merlin ist es so dass halt auch der eigene der diesen dieser attacke abkriegt sich selber schaden zufügen kann ich denke das ist hier auch der fall das wird man dann aber sehen aber ich denke da das jetzt hier nicht explizit steht dass er ausgeschlossen sich selbst oder sowas denke ich dass das auch wenn da zwei sind dass er sich dann auch selber treffen kann also er davon sorgt die spezialfähigkeit abgekriegt und wir haben noch eine elementare verbindung verleiht einen naturhelden plus 30 prozent verteidigung gegen spezialfähigkeiten für vier züge auch eine gute sache und der effekt kann nicht gebannt werden genau das ist ja bei den meisten den meisten elementaren verbindungen so ja prinzipiell meiner meinung nach ziemlich gut die erhöhung des manas um 50 prozent das kann man natürlich schön ausnutzen immer also wenn man dann sieht ok teluria löst gleich aus beispielsweise kann auch grabmacher wähler sonst wer sein wenn man sieht dass er über 50 prozent ist dann macht man socks attacke drauf und dann ist das mana automatisch voll von dem helden sagen wir jetzt einfach mal vom von grabmacher und dann wirkt automatisch dieser blindwütige angriff und dementsprechend wenn man das timet löst das direkt automatisch aus ja und das ist nicht schlecht vor allem wenn dann halt so wirklich wenn du siehst aber scheiße teluria löst gleich aus keine ahnung grabmacher löst gleich aus wenn man dann sock hat dann kann man auch theoretisch wenn man dann auch noch mal los hier hat dann kann man das alles schön in blockieren aber vom prinzip her finde ich ihn eigentlich sehr gut und da ich ihn leider nicht habe werden wir jetzt einmal ganz kurz ähm warte mal wo gehen wir denn mal hin ich will das mit den meinen avataren machen deswegen gehen wir mal hier hin normal nehmen wir jetzt mal seestadt raus und packen mal merlin rein weil das prinzip ist dasselbe wir uns auch merlin noch mal eben ganz kurz angucken weil die sache ist bis ich beschwöre da ist der halbe monat rum ungefähr sag ich jetzt mal und dann haben viele den schon und deswegen macht das jetzt wenig sinn ja beziehungsweise macht es jetzt mehr sinn das video jetzt raus zu bringen ohne sock also wenn ich das dann schon raus bringe wenn das jeder hat ne also es ist aber wie gesagt man man erkennt es jetzt hier gleich bei merlin weil hier steht nämlich auch das ziel wirkt automatisch blindwütiger angriff auf einen zufälligen helden sobald sein mana innerhalb der nächsten drei züge voll ist hier haben wir jetzt nur diese begrenzung mit den drei zügen das haben wir bei socken meine ich nicht und ja testen wir das einfach mal ich habe jetzt extra eine etappe genommen auch ein bisschen schwerer ist damit man ihn noch definitiv auslösen sieht jetzt normalerweise hier jetzt mein meine autofarm ja gebiet weil ich muss die ist das hier die bogenschützen genau die bogenschützen brauche ich für den avatar und dann auch die schlangen am ende so hier jetzt bei denen wird man es noch nicht sehen weil die kann man da regenerieren das sehen wir dann erst am ende bei den bossen aber eigentlich schaden macht er ja den schaden den man sagt ja dann auch 300 prozent das ist gar nicht mal so wenig die prozent hast du 220 ok hier ist auch vier sterne da zack weil ich persönlich finde es immer doof wenn man sich jetzt so selber ein bisschen einschränkt bei den beschwörungen direkt monatsanfang wenn der held raus ist weil das ist sowieso so eine sache ich muss nicht als erster den held haben ja ich habe davon nichts oben muss auch nicht angeben damit also deswegen versuch den held zu kriegen aber halt dann wenn ich eine beschwören zu müssen also weiß nicht warum manche das dann wirklich sich so rein steigern dass sie direkt am ersten tag den monats zelden haben müssen Ahnung woran das liegt aber wenn ich weiß zum beispiel ich mache bei den kostümen was oder ich beschwöre bei season 3 oder sonst was wenn ich doch eh beschwöre dann kann ich auch bis dahin warten so das ist meine einstellung ne dann mache ich jetzt hier dieses diese elementare beschwörung da und dann kriege ich ihn super aber nicht dann später nochmal beschwören dann kriege ich ihn wieder und wieder und wieder warum warum wartet man da nicht einfach ja wenn man eh vorhat zu beschwören dann ist ja eigentlich der zeitpunkt egal aber manche halt irgendwie nicht warum halt diese Review videos zu machen ist es natürlich von vorteil wenn man den held hat aber so in der theorie besprechen geht er dann auch in die ich persönlich so jetzt kommen wir gleich zu den gegnern zu den endgegnern so ich habe auch den diamanten das ist gut ich werde sie jetzt mal nicht blenden so merlin da drauf ja machen wir erstmal so und so talik mache ich jetzt auch noch nicht aber ich will jetzt gucken dass das mana voll geht da ist jetzt gleich hier voll nach bei ihm zuerst oder ne so blindwütiger angriff wirkt jetzt gleich nach der kombo zack trifft den anderen ja wir jetzt hier gehen wir mal zu ihm hier rüber also praktisch spezialfähigkeit trifft uns nicht können wir uns nochmal angucken trifft den anderen jetzt wenn er jetzt nur noch einer von den beiden übrig wäre dann würde er sich selber schaden ich weiß nicht ob wir das eigentlich werden wir es nicht sehen wenn einer von den beiden vorher drauf geht ja ok sind halt naja gehen wir jetzt nochmal einfach hier drauf ich hoffe er verfehlt nicht ok perfekt ja jetzt gehen wir mal hauen wir den mal hier weg natürlich natürlich klappt das nicht ach jetzt verfehle ich ja nur so das sollte sogar reichen genau er ist jetzt weg so und er tötet sich jetzt selbst so und so wird das wahrscheinlich genau das gleiche spiel mit sok sein nur dass der halt äh noch mehr schaden macht als merlin macht 300 prozent und ähm ja das ist natürlich der vorteil man muss den gegner dann nicht mehr mit steinen füllen ne wenn man das richtig timet plus oder um 50 prozent ist eine menge und äh dementsprechend kann man das dann so timet dass der gegner dann auslösen muss oder auslösen wird und dementsprechend schaltet dann automatisch blindwütiger angriff ein und ähm ja trifft den gegner ne ähm gut hier ist jetzt natürlich sobald das mana innerhalb der nächsten drei züge voll ist also genau doch genau das gleiche wie bei merlin aber wir haben halt diesen diesen mana boost den er dann da gibt ne so dass das mana eigentlich eigentlich kann man da nicht viel falsch machen ja äh und wenn dann guckt man halt dass man da drunter die steine hat so dass man den dann direkt auffüllen kann weil 50 prozent wenn dann nur noch so ein bisschen ist dann reichen teilweise drei vier steine oder sowas und dann ist das mana voll und dann wirkt der blindwütiger angriff also meiner meinung nach cool guter held ähm was natürlich auch noch gut ist dass er halt diese 300 prozent schaden macht bei einem hohen angriffswert ne ich hätte zu überlegen wenn man jetzt äh evelyn hat oder generell ein ähm fdauner mir fällt jetzt bei grün ist es halt jetzt evelyn ne und dann sok und kingston zum beispiel oder liana dann ähm ist man da schon sehr gut dabei und ähm ja ich hab's ja schon in vorherigen videos gesagt ich bin ein mana control freund hat man auch in dem letzten turnier gesehen meine ich mit hänsel gretel äh und so weiter peters und deswegen würde ich ihn schon gern haben ja also nicht für die defensive sondern eher für die offensive ich denke auch im turnier bei sehr schnellen kann er schon gut sein ja und ähm was ihn natürlich dann auch gut macht ist die die schurken klasse wenn man ihm embleme geben wollen würde natürlich hat der schurke jetzt auch ein paar gute helden dabei aber ähm ja wie gesagt kann ein paar embleme ruhig kriegen ja auch wenn er so sehr solide ist aber kann ja immer ein bisschen was machen ähm ja wie gesagt defensive ein tellurier kommt ja nicht vorbei ja das ist tellurier ist nummer eins der jetzt keine tellurier hat weiß ich nicht würde ihn eher wenn dann in die flanke stellen so aber äh für mich ist er kein defensivfeld ganz ehrlich weil äh das mit dem blindwütigen angriff das will man auch irgendwie kontrollieren und ähm ja also ich kenne es bei meinem glück würde er wahrscheinlich dann wenn er in der defensive bei mir stehen würde immer auf den gegner der am wenigsten mana hat dass da kaum was aufgefüllt wird also äh ich würde ihn wahrscheinlich nicht in die defensive stellen ja und deswegen ein offensivfeld meiner meinung nach sehr gut also wer ihn kriegt freu dich drüber ich hoffe ich kriege ihn irgendwann in diesem monat und ja wir werden sehen ob ich ihn kriege ich hab äh Beschwörungen vor ich will gucken bei den kostümen vielleicht aber diesen drei wollte ich was machen da kommt ein guter grüner held raus ähm ist aber noch alles äh äh deswegen äh da hab ich da nichts zu sagen aber der held wird grün das kann ich schon mal sagen und ähm ist auch nicht schlecht der held der da kommt deswegen ähm davon abkommen jetzt in den nächsten monaten sehr gute helden bei season 3 ja also ich würde sagen wenn man den held ausgeben möchte immer kann dann äh kostüme oder auf season 3 warten die helden die da kommen die haben sie in sich ja und äh ja mit den worten würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe konnte ihn euch minimal näher bringen und ähm ja wir sehen uns dann ähm mit dem turnier morgen ja ich weiß jetzt noch nicht ob das video jetzt hier vor oder nach dem krieg raus kommt keine ahnung aber definitiv vor dem nächsten turnier video also macht's gut wir sehen uns ciao ja 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 ja